Take 1 Herzlich Willkommen, bei mir David Hügli von der Recruiting Coach und Felix Meinhard, internationaler Filmemacher. Wie David schon gesagt hat, mit einem Handy können wir heute unglaublich viel machen. Wir können vor allem die Daten direkt hochladen. Wir haben direkt ein Ergebnis, ob das jetzt im YouTube-Kanal eingebettet ist oder in den sozialen Netzwerken. Take 2 Ich zeige dir jetzt nochmal die drei wichtigsten Eckpunkte, die für diese Stelle relevant sind. Erstens, du bist Dreh- und Angelpunkt, sowohl zwischen mir als Gründer, Geschäftsführer und dem Visionär. Eines der grossen Probleme beim Aufnehmen dieser Recruiting Videos, dass du die Energie halten kannst. Weil viele Menschen, die sagen dann was und fallen dann quasi ab und dann beginnen sie ganz leise zu sprechen. Das A und O ist, dass du dich wirklich nur auf die wichtigsten Parameter jetzt beschränkst. Im Schnitt sagen wir immer die Kunst des Auslassens. Wir wollen nur die Parameter und Informationen da drin enthalten haben, die auch die Geschichte voranbringen. Take 3 Vielen Dank Felix, das war super spannend, wie es mit Einfachheit und auch Humor super gute Resultate geben kann. Ja, hat mega Spass gemacht. Auch für dich viel Erfolg auf deiner persönlichen Heldenreise. Auch für dich, das war super spannend, wie es mit Einfachheit und Einfachheit und Einfachheit und Einfachheit und Einfachheit.